Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu Alayna Tarot. Mein Name ist Alayna. Heute möchte ich gerne mit dir dieses Video teilen, wo es um die Gefühle, um die Liebe geht, um mal zu schauen, wie ist die Annäherung zwischen dir und deinem Seelenpartner, deines Wunschpartners, deines Herzensmensches, wie ist die Entwicklung. Also ihr wisst, ich habe eine Serie gestartet, die heißt Liebe und Gefühle. Wie entwickelt sich eure Beziehung oder unsere Beziehung, okay? Und wir wollen in regelmäßigen Abständen einfach mal schauen, ist eine Annäherung da, wie ist der Entwicklungsprozess, gab es vielleicht ein Disput oder wie schaut es generell aus, wie nah steht ihr euch wirklich, okay? Leute, gesagt, getan, bitte passt es auf eure Situation an. Visualisiert diesen Menschen, um den es geht. Visualisiert ihn. Schaut mal, wie schön. Schaut einfach mal, dass ihr euch immer wieder aufruft und sagt, wie entwickelt sich unsere Beziehung, okay? Wie stehst du zu mir? Ihr könnt auch gerne den Namen von diesem Menschen sagen, ein Foto rausholen, wie auch immer. Okay? Wichtig ist einfach nur, dass ihr keine Arme und Beine kreuzt und dass ihr wirklich euch in diese Situation rein visualisiert und auch diesen Menschen immer wieder euch fragt, wie entwickelt sich unsere Beziehung, okay? So, und zwar, Leute, ich decke erstmal auf und dann rede ich, ja? Du bist schon mal hier. Du, wenn du Frau bist, bist du die weibliche Energie. Bist du Mann, bist du die männliche Energie, ja? Wir haben für einige schon mal, eine Gruppe von euch hat ein paar Konflikte immer noch am Start. Zwei, vier, fünf, sechs, sieben. Oh, guckt mal. Die Imperatorin liegt hier. Das bist du, wenn du Frau bist. Der Imperator, ich weiß nicht, ob man das so sehen kann. Ja, der Imperator liegt hier. Das ist dein Herzensmensch, dein Seelenpartner oder du als Mann, okay? Das Schöne ist hier, ihr liegt beide in einer Linie. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass es hier schon mal eine Annäherung kommt. Die Liebe ist auch in der Nähe. Leute, wow. Also, ähm, was haben wir hier? Wir haben hier eine Konstellation, die zwar ein bisschen noch blockiert ist, durch Sachen, die noch nicht geklärt sind, ja? Wir haben hier noch eine weitere Frau in der Mitte. Wir haben hier womöglich auch Kinder in der Mitte. Eine Tochter, eine Schwester, eine Freundin. Es geht hier auch um eine Schwangerschaft, die ein paar Konflikte ausgelöst hat oder auslöst in dieser Partnerschaft. Sei es eine Schwangerschaft, die ungewollt ist, eine Schwangerschaft, die sich nicht gegeben hat zu Ende. Wir haben hier Konflikte. Wir haben hier Entscheidungen, die treffen werden müssen. Wir haben hier ein Bild von ganz vielen Sachen. Aber das Wichtigste ist, die Welt liegt euch zu Füßen, okay? Die Welt bedeutet auch immer Transformationen, Veränderungen, positive Ereignisse, schicksalhafte Ereignisse. Und das ist für mich eine sehr wichtige Energie heute in diesem Kartenbild. Also, wir haben hier eine Gruppe von euch, die immer noch gar keine Kommunikation hat, die eine Trennung vollzogen hat, die gar nicht mehr mit diesen Menschen redet, obwohl die Liebe da ist, obwohl die Sehnsucht da ist. Aber diese Partnerschaft, diese Konstellation ist oder war blockiert durch Egoismus, durch falsche Verhaltensarten, durch dritte Personen, durch Unsicherheiten, durch Schmerzen aus der Vergangenheit, durch Nachtragenheit, durch Kinder, durch ganz viele Konflikte, die dazu geführt haben oder dazu führen, dass ihr im Moment entweder gar keinen Kontakt habt oder komplett abgebrochen habt, obwohl Liebe da ist, ja? Obwohl es hier eine gute Zukunft gegeben hätte oder geben würde, habt ihr den Kontakt abgebrochen. Das heißt aber für diese Gruppe nicht, dass der Kontakt nicht wiederhergestellt werden kann oder wird, okay? Es ist einfach nur für diese Gruppe, die null Kontakt hat, okay, obwohl es Liebe gibt, vielleicht diese Legung nicht ganz resoniert, dass du nicht ganz in Resonanz kommst, okay? Deswegen haben wir das folgendermaßen. Wir haben hier Beziehungen, die in einer Transformation sind. Das heißt, es musste vielleicht auch erstmal ein Cut gemacht werden, wie wir gerade schon gesagt haben. Es bedarf auch einen Rückzug, um weise Entscheidungen zu treffen, um in die Klarheit zu kommen, um zu wissen, ist es Liebe, was ich empfinde, oder ist es einfach Abhängigkeit, okay? Was bedeutet das? Das bedeutet eigentlich nichts anderes wie, egal wie viel Kommunikation ihr habt oder nicht, ja? Das Wichtigste ist, dass ihr diese Zeit nutzt, um A, erstmal genau zu erkennen, was du real für dich als Frau möchtest oder du real für dich als Mann. Der Imperator schaut in die Richtung der Imperatorin, also du als Mann schaust in die Richtung von dieser Frau. Diese Frau ist aber gerade die, die sich abwendet. Bist du hier die Frau, die um einen Mann fragt, weißt du dem Mann gerade den Rücken, extra oder nicht extra, bewusst oder unbewusst. Warum? Weil hier gibt es Gefühle von dir als Frau, als Imperatorin, die noch unterdrückt sind. Du brauchst ein klärendes Gespräch, du weißt aber nicht, was du sagen kannst. Du brauchst ein klärendes Gespräch, aber dieser Mensch blockt dich immer wieder ab. Du musst eine Entscheidung treffen, Imperatorin, als Frau, die weibliche Energie, die mir heute zuhört, um deine Stabilität wiederzufinden, ja, um in Einklang mit dir selber zu kommen, um diese Entscheidung, die du treffen musst, ob du mit diesem Menschen nochmal einen Kontakt haben möchtest oder nicht, ob du auf diesen Menschen zugehst oder nicht, ob du diesem Menschen den Raum einräumst, mit dir ein Gespräch zu führen oder nicht. Dafür brauchst du einfach Zeit, okay? Du als weibliche Energie hast so viele Gefühle in dir. Eigentlich weißt du, dass dieser Mensch für dich bestimmt ist. Eigentlich wünschst du dir nichts anderes, wie in die Liebe zu gehen. Eigentlich wünschst du dir nichts anderes, wie aus dieser Stagnation, aus dieser Blockade rauszukommen, okay? Dass die Magie wieder fließt. Das bist du als weibliche Energie. Du hast die Liebe da, ja, aber du distanzierst dich ein bisschen. Aus Angst vor Verletzung, ja, womöglich hast du schon eine schlimme Trennung hinter dir schon mal durchlebt und du hast gerade wieder Wunden aus der Vergangenheit. Vielleicht hast du mit diesem Menschen schon mal eine Geschichte gehabt und bist stark verletzt worden und hast Angst, dass das wieder passiert. Also die weibliche Energie ist gerade eigentlich ein bisschen konfuser wie der Mann. Der Mann ist gerade in dieser männlichen Energie, also der Imperator, ja, du als Mann, der entweder hier gerade als Vater, in seiner Vaterrolle agiert, sich vielleicht auch ein bisschen hat verleiten lassen durch eine andere weibliche Energie, das heißt eine aktuelle Partnerin, mit der er sowieso schon zusammen ist. Oder es spielt hier eine Tochter eine Rolle, ein Kind eine Rolle, zumindestens eine jugendliche Gestalt, eine jugendliche Person, die hier bewusst und unbewusst Einfluss auf das Gefühlsleben des Imperators nimmt. Eigentlich möchte dann der Mann, also du als männliche Energie, oder wenn du Frau bist und möchtest um diesen Mann fragen, dieser Mann ist gerade mehr in der Klarheit drin, ja, das sieht man hier, mehr in der Klarheit, in der geistigen Führung. Er entdeckt gerade auf irgendeine Art und Weise, dass es wichtig ist, hier die Ketten zu sprengen, sich zu lösen und an seinen höchsten Wohl zu denken. Also was heißt das, Leute, diese Legung ist heute sowas von wirrwarr, das ist unglaublich. Warum? Weil die weibliche Energie sich komplett gewandelt hat. Letzte Woche hatten wir noch, dass die Frauen mehr auf die Männer zugehen wollten. Jetzt ist es so, dass viele Frauen von euch dem Mann den Rücken zukehren, weil ihr losgelassen habt. Weil ihr den Ruf eures Herzen gehört habt und habt gesagt, oder gehört, aus Liebe lasse ich los, aus Liebe zu mir lasse ich los. Wenn du wirklich für mich bestimmt bist, ja, so wie das hier ist, dann wirst du schon von alleine kommen. Du wirst den Weg, die Magie finden, ja, du wirst das Gespräch suchen. Dein Gefühl, deine Intuition wird dich dazu bringen, aufzubrechen und zu mir zu kommen. Viele von euch habt ihr euch befreit, gelöst, was natürlich super ist, weil das hat den Entwicklungsprozess natürlich angetrieben. Und das ist super. Du als Mann bist in der Position gerade, dass du auf der einen Seite gefangen bist durch Familie, Frau, Freunde, Kinder, Tochter, Cousine, Schwester, wie auch immer. Eine jüngere Frau, die jünger ist wie unsere Imperatorin. Du möchtest dich auf den Aufmarsch machen. Du möchtest eine Veränderung haben. Du möchtest wirklich eine Kommunikation. Du möchtest wirklich gerne hier einfach sagen, Mädel, so wie das gerade ist, kann es nicht funktionieren. Ich liebe dich, aber wir müssen hier was verändern. Ich möchte gerne ein Gespräch mit dir, egal ob du mich blockierst, egal ob du mir nicht antwortest. Irgendwann werden wir hier ein klärendes Gespräch führen, weil es ist für mich auch wichtig. Suspekterweise seid ihr beide in der Liebe. Bonus. Suspekterweise sucht ihr beide eine Kommunikation. Bonus. Suspekterweise habt ihr beide das gleiche Vorhaben. Bonus. Aber keiner von euch hat den Mut, nach vorne zu schreiten, aus diesem Schneckenhaus rauszukommen und dem anderen zu sagen, was er empfindet oder was er möchte. Du als Mann, als Imperator, hast nicht nur die Verantwortung für deine Familie, sondern für dich selber. Auf der anderen Seite ist der Ruf nach dieser Frau sehr groß. Die Annäherung wird Schritt für Schritt kommen. Aber ihr müsst bedenken, es bedarf hier gerade einer Transformation, einer Veränderung. Das heißt, es muss hier total aufgeräumt werden. Emotional bei dir, du als Imperatorin und du als Mann mit deinen Moralitäten, mit deinem Ego, mit deinem Pflichtgefühl, um wirklich zu wissen, was will ich. Ja, auf der einen Seite willst du frei sein, ohne Ballastimperator. Auf der anderen Seite möchtest du Sachen aus der Vergangenheit lösen. Auf der anderen Seite möchtest du ein guter Partner, ein guter Mann sein. Auf der anderen Seite möchtest du, dass das Schicksal, das Leben, deinen Weg sortiert. Auf der anderen Seite möchtest du wieder der Starke sein. Auf der anderen Seite bist du wieder dabei, mit deinen Egos zu kämpfen. Auf der anderen Seite machst du wieder emotionale Fortschritte. Also wir haben hier eine sexuelle Anziehungskraft, wir haben hier emotionale Abhängigkeiten, wir haben hier körperliche Abhängigkeiten, wir haben hier Denkweisen, die total blockieren, weil keiner von euch beiden nachgeben möchte. Also das heißt das Ego. Wir haben hier Transformationen, die wichtig sind, damit hier eine positive Veränderung kommen kann. Wir haben aber auch von Seiten des Imperators wirklich die Kraft, noch ein bisschen auszuharren, um dieser Imperatorin den Raum zu geben, sich zu entwickeln und sich zu finden. Ja, es steht hier ein Gespräch aus, es wird auch ein liebevolles Gespräch werden. Wichtig ist nur, dass ihr beide in eure Balance kommt, in eure Stabilität, um euer Leben, nicht nur das emotionale Leben in der Partnerschaft, sondern das generelle Leben wirklich zu meistern, in dem Alltag euch zu finden. Ja, egal ob mehr Kontakt oder weniger Kontakt. Räumt euch den Raum ein, wirklich hier in die Klarheit zu kommen, um zu wissen, was man genau möchte. Imperatorin, du als Frau, du weißt, es wird hier eine Veränderung geben. Ja, du weißt auch, dass du schon eine Transformation durchlebt hast. Du weißt auch, dass du dringend in dein Gleichgewicht finden musst, dass deine Tränen getrocknet werden müssen, dass deine Unruhe gesättigt werden müssen, dass deine Nächte wieder ruhiger werden, damit du schlafen kannst. Ja, du weißt, dass hier eine wichtige Entscheidung am Start ist, die dein ganzes Leben verändern wird. Okay, aber vergiss nicht, du wirst geführt, du bist gerade am Heilen, Imperatorin. Du bist am Heilen, die geistige Welt gibt dir die Zeichen, damit du heilst, damit du stärkst dich, damit du wieder in deine Ruhe kommst. Du bist ein göttliches Wesen, Imperatorin. Der Schmerz der Vergangenheit kann gelöst werden, raus aus diesen Blockaden, aus diesem Schneckenhaus. Leute, heute geht es hier wirklich darum, um die Menschen, die einen kompletten Cut vollzogen haben, die jetzt gar nichts mehr, 0,0 Kontakt mit ihrem Herzensmännchen haben oder mit dieser Person, um die es geht. Ja, es wird eine ganze Weile lang eine Funkstelle herrschen. Es kann aber irgendwann wieder mal der Punkt kommen, wenn du am wenigsten damit rechnest, okay, dass du oder sie oder er aufeinander zugehen werdet, um hier eine Klärung am Start zu bringen. Egal, wie lange sich das Rad dreht, es geht hier um Liebe, es geht hier um Gefühle, es geht hier um Unsicherheiten, um Schmerzen, um ganz viele Sachen, okay? Wichtig ist, solange kein Kontakt ist, ob du ein Imperator bist, also die männliche Energie oder ob du die weibliche Energie bist, das spielt jetzt absolut keine Rolle. Wichtig ist, dass ihr euch den Raum und die Zeit einräumt, um diesen Schmerz zu heilen, okay? Für die Menschen, die jetzt wirklich in Kontakt noch stehen oder so halt schleppenden Kontakt haben, nehmt euch die Zeit. Leute, die Liebe ist da, aber diese Liebe ist gefährdet durch äußere Einflüsse, ja? Weil ihr nicht mit der Wahrheit redet, weil ihr euch immer wieder blockiert, wenn die Gefühle zu stark werden, zieht man sich zurück, ja? Es geht hier um Dreiecksbeziehungen, um Affären, um Fernbeziehungen, um Familie, die dazwischen hängt, es geht hier auch um Kinder, es geht hier um ungewollte Schwangerschaften, es geht hier um Machtkampf der Egos, es geht hier um Reisen, also es geht um ganz viel. Du als männliche Energie hast jetzt gerade diese Power, ja, wirklich, deinen Weg zu entscheiden. Du hast hier wirklich den Ruf der Gerechtigkeit, wo man sagt, okay, Honey, ich gebe mir nochmal eben einen Break, ja, und denke nochmal drüber nach, aber dann hole ich diese Frau, weil diese Frau will ich, diese Frau liebe ich, diese Frau ist mein Leben, ist egal, was die ganze Welt sagt, ich mache es jetzt. Raus aus meinem Ego, raus aus Machismus, raus aus falschen Kreentien und Kondukten, raus, ab in die Freiheit. Es gibt hier eine Veränderung. Und du, Imperatorin, wenn du das Gleiche fühlst wie er, ran an den Speck, redet, führt ein klärendes Gespräch, weil es ist ganz wichtig, hier ein klärendes Gespräch zu führen, ja, weil es gibt hier ganz viele unterdrückte Gefühle. Guck mal, die geistige Welt führt euch wirklich, die Liebe ist da, verbarrikadiert euch nicht weiter. Leute, egal, was zwischen euch gewesen ist, wenn es um Liebe geht und wir haben hier die Liebe, Leute, wir haben hier, wartet mal, wir haben hier wirklich die Liebe, es geht hier wirklich um wahre Gefühle, um wahre Liebe, ja. Ihr spürt es beide, Zeit der Entscheidungen, okay, lasst die ganzen Egos raus, macht euch auf den Weg, um dieser Imperatorin, um diesem Imperator, wirklich das, was für euch bestimmt ist, zu geben. Warum? Weil das Schicksal spielt auf eurer Seite. Das Glück ist da. Die Weisheit, die Reinheit ist da. Ja, der Umzug, die Veränderung, der Fortschritt ist da. Die Gerechtigkeit wird siegen. Lasst alles los, was euch schadet. Gott und die geistige Welt führt euch. Lasst euch nicht von Verführungen, von Untreue, von Negativismus, von Egoismus, von Narzissmus, lasst euch davon nicht leiten. Macht euch nicht abhängig, nicht körperlich und emotional, sondern lasst wirklich die Liebe, wo haben wir sie denn? Die Liebe, ach Gott, wo ist sie denn? Die Liebe wirklich fließen, okay? Es handelt sich hier um Liebe. Ihr müsst es euch einfach nur eingestehen. Guck mal, die Liebe will jetzt gar nicht mehr raus. Wie schön, ich liebe diese unvorhergesehenen Videos. Ja, hier geht es um Liebe. Lasst wirklich das Feuer wieder entfachen, Leute. Macht einfach Fortschritte. Denkt dran. Ihr habt die Welt zu Füßen liegen. Die Annäherung ist da. Ihr müsst euch einfach nur trauen, okay? Es gibt hier eine Beziehung, die komplett gecuttet ist. Eine, die gar keine Annäherung mehr hat. Andere von euch, die ein bisschen gefährdet ist. Es kommt hier zu einer Annäherung. Immer und dann, wenn ihr beide bereit seid. Warum? Weil der Imperator, ja, holt seine Imperatorin. Okay? Er macht sich auf den Weg. Er geht in die Befreiung. Warum? Weil er oder sie weiß, ihr werdet geführt. Ob du als Mann den ersten Schritt machst oder du als Frau den ersten Schritt machst, das ist ganz egal. Hier wird es schlussendlich für viele ein gutes Resultat am Ende geben. Warum? Weil die Liebe einfach da ist, okay? Lass mich mal gucken, ob die Engel der Romantik, uh, guck mal, die wollen alle reden. Was habe ich gesagt? Es geht hier um romantische Stunden, um Wiedervereinigung. Es geht hier um Kinder. Habt ihr noch keine Kinder? Könntet ihr sogar gemeinsame Kinder haben, ja? Es geht hier um Fürbitten, um Petitionen, die geistige Welt, die euch führt. Flirtet, genießt es. Hier gibt es eine Versöhnung, hier gibt es eine Annäherung. Egal, wie lange es dauert, die Liebe wird siegen. Wahre Liebe, Leute und Versöhnung. Bist du mit einem Ex-Partner hier in diesem Video heute? Ja, guck mal, es ist hier die Versöhnung mit einem Ex-Partner und die neue Liebe, die zwischen euch beiden aufblühen wird. Okay? Wow, Leute, hiermit möchte ich mich verabschieden. Es war ein sehr interessantes Video. Ihr habt schon anhand meiner Stimme gehört, dass ich heute ein bisschen schneller geredet habe. Einfach, weil hier so viele Energien am Start sind. Wenn ihr das alles spüren könntet, Leute, was heute ist, das ist unglaublich wahnsinnig interessant. Die geistige Welt ist so aktiv und es ist wichtig, dass ihr hier wirklich, wenn ihr wahre Liebe empfindet, nicht aus dem Ego agiert und sagt, ja, wenn du dich nicht meldest, melde ich mich auch nicht. Nein, sondern stellt Forderungen aus Liebe, diszipliniert euch, stellt euch wirklich vor dem anderen hin, aus der Liebe heraus und sagt, du, das gefällt mir nicht. Ich möchte einfach nicht an zweiter Stelle stehen. Du, bitte sag mir, wo stehe ich bei dir, damit ich weiß, soll ich weitermachen oder soll ich aufgeben? Redet mit der Wahrheit, eine friedliche und ehrliche Kommunikation. Okay, und ihr werdet sehen, dass die Dinge sich viel, viel schneller, viel einfacher und super gut zu eurem Gunsten drehen. Egal, ob ihr weitermacht in dieser Konstellation oder egal, ob ihr loslasst. Es kann einfach nur zu eurem höchsten Wohle sein. Okay, Leute, hiermit verabschiede ich mich. Ich wünsche euch eine schöne Woche und wir hören uns. Bye. Ach so, nein. Leute, ich habe noch vergessen. Für eine private Legung oder zielorientierte Therapien, ja, schreibt mich per WhatsApp an und ich bin gerne bereit, euch Informationen zu senden, wie ihr mit mir eine private Legung buchen könnt. Schaut mal, also selbst diese Energie hat mich total auf ein Konzept gebracht, weil ich finde es einfach unglaublich schön und unglaublich schmerzhaft zugleich zu sehen, wie viele Konstellationen hier sind, die wirklich tiefe Liebe empfinden, aber aus irgendeiner Blockade ist halt einfach nicht trauen oder sich nicht trauen, diesen Schritt nach vorne zu gehen. Leute, gebt dem Leben die Farbe, die euch glücklich macht. Denkt dran, eure Intuition wird euch immer zu mir führen, zu meinem Kanal. Also scheut nicht wirklich aus dem Herzen heraus zu agieren und euch die Liebe zu geben, die ihr verdient. Okay, jetzt verabschiede ich mich wirklich. Wir hören uns bis dahin. Bye.